Deutschland blamiert sich gegen Japan, Hansi Flick lehnt Rücktritt ab, machen das gut und ich bin der Richtige. Auch nach der demütigenden 1 zu 4, 1 zu 2 Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Japan dachte Deutschlands Nationaltrainer Hansi Flick nicht an einen Rücktritt. Ich denke, es geht uns gut und ich bin der richtige Manager, sagte er gegenüber RTL nach der schweren Niederlage gegen Wolfsburg. Aber wir wissen, dass es im Profifussball eine große Dynamik gibt. Man kann nicht vorhersagen, was sonst noch passieren wird. Der FB-Präsident Bernd Neuendorf wollte sich auf Sitznachfrage nicht zu dem Streifen äußern. Doch Sportdirektor Rudi Völle eilte nach drei Niederlagen in Folge in die Umkleidekabine. Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus glaubt nicht, dass sein Freund Flick eine Zukunft hat. In den letzten Monaten gab es beim DFB nicht viel Unterstützung für Hansi. Ich bezweifle, dass wir ihn jetzt behalten können, sagte Flick. Im Moment haben wir nicht die Ressourcen, um eine so kompakte Abwehr zu übertreffen. Es hat einfach nicht gereicht, beklagte er sich über das Training im deutschen Fußball. Alle Japaner sind gut ausgebildet und verfügen über ein solites Verständnis der Grundlagen. Wir im deutschen Fußball müssen aufwachen und weitermachen. Punkt mit Blick auf das nächste Länderspiel gegen Frankreich am Dienstag an Dortmund sagte der 58-Jährige. Wir haben wieder eine gute Vorbereitung auf das Spiel gegen Frankreich. Das werde ich auch weiterhin tun. Wir hatten einen guten Überblick, also mussten wir uns anstrengen und versuchen, auf dem Platz anders zu sein, fügte er hinzu. Es hat keinen Sinn, mir die Schuld zu geben. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020